Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Krümelbaut. Heute gibt es den zweiten Teil zu K-Box 10 523, dem roten Sportwagen, der ähnlich einem Ferrari Enzo aussieht. Besteht aus 4.301 Teilen, hat sechs Bauabschnitte, ist im Maßstab von 1 zu 8. Ja, ich habe ihn hier in der statischen Version bei Joy gekauft. Falls ihr bei Joy gekauft, ihr wisst, gern Code Krümelbaut beim Bestellen eingeben, spart er noch mal ein bisschen was. Die ersten drei Bauabschnitte sind hier, die haben wir im ersten Teil gebaut. Da ist technisch quasi alles dran, was das Auto später haben wird. Vierganggetriebe, Federung, also Einzelradaufhängung mit Federung, höhenverstellbares Fahrwerk am Stück hoch und runter über einen Motor später steuerbar, mit laufender V12-Motor und eine angebundene Lenkung. Und das war's. Er hat jetzt keine super tollen, irgendwas anderen Funktionen. Wen das alles interessiert im Detail, gerne das erste Video nochmal gucken. Ansonsten, heute geht es um die nächsten drei Bauabschnitte. Aber kurz nochmal, wer vielleicht nicht den Rest gucken will. Anleitung ist eine ganz klassische Anleitung. Es ist nichts ausgegraut. Wir haben eine Teileübersicht, Zwischenschritte, Längenangaben, Pfeile. Die Pfeile sind in hellblau, weil rot wäre bei einem roten Auto ungünstig. Aber das hellblaue übersieht man gerne. Also ich habe zwei, drei Stellen gehabt. Da habe ich es nicht mitbekommen, dass da noch ein Pfeil war und hatte mich erst gewundert, bis ich genau hingeguckt habe. Ansonsten wird oft gedreht. Das ist so eine Sache, die man erwähnen kann. Es wird oft gedreht und das übersieht man auch gerne. Es gibt Aufkleber. 26 Stück an der Zahl. Größtenteils außen irgendwelchen Carbon-Riffel-Irgendwas-Look. Mal gucken. Ich denke mal nicht, dass ich es anbringen werde. Und es ist kein Ferrari, sondern ein Falauli. Hier steht es. Da. Ein Falauli. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ansonsten, ihr seht, das Ganze hat Daytona-Reifen, Felgen. Auch in der richtigen, also wirklich Daytona-Größe. Ich glaube, das wird am Ende nicht gut aussehen. Aber naja, wir lassen uns überraschen. Gut. So viel dazu. Weiter zu Schritt 4. Der ist jetzt hier fertig und hatte es umfangsmäßig ganz schön in sich. Habe ich gut zwei Stunden oder über zwei Stunden dran gebaut. Ja, ging los mit fast dem Wichtigsten. Wir haben jetzt hier Stabilität drin. Also ihr seht, ich kann endlich hier oben anfassen. Denn, ich klappe hier mal hoch. So, das kann man Gott sei Dank einmal komplett schön umklappen. Wir brauchen hier ein bisschen Motorabdeckung. Ja, das kommt drauf. Wichtig ist, hier kommen viele Verstrebungen quer rein, die das Ganze verbinden. Querliftarm. Und ihr seht hier jede Menge Konnektoren mit Achsen durch, dass da echt Halt drin ist. Gleichzeitig hier am Motorblock kommen auch nochmal Liftarm dran, Achsen durch, dass das Ganze hält. Und ab dem Moment kann man das ja alles ordentlich hochheben. Und dann ist es halt wirklich angenehmer, gerade wenn man ein Element baut, das Ding erstmal zur Seite stellt und es dann wieder ranholt. Man kann dann einfach hier schön anfassen. Ansonsten, ein bisschen Seitenverkleidung kam dazu auf beiden Seiten. Einfach nur, ihr seht, Liftarme gestapelt und ein paar Panels dran. Wird dann draufgesetzt und hier quer verbunden. Und dann geht's ans Heck. Das ist eigentlich komplett fertig und fängt an. Hier in der Mitte haben wir ein bisschen unten drunter Steinern oder Technikbricks so rum hingesetzt mit Knob nach oben. Da kommen hier die Fliesen drauf und dann die zwei Diffusorelemente. Hier kleine Panels zwischendrin reingesetzt. Und dann baut man hier einen großen Rahmen mit diesen, ja, trapezförmigen Panels. Insgesamt vier Stück. Also zwei auf der Seite, zwei auf der Seite. Dann wird das Ganze so dran gesteckt. Sieht erstmal an sich nett aus. Dann lässt sich auch gut bauen. Hält. Passt. Dann geht's nach hier außen. Da bauen wir die zwei Elemente jeweils mit den zwei Endrohren. Auch wieder nur Liftarme. Oder wir gucken mal von der Seite, da sieht man es besser. Erstmal ein bisschen Technikbricks drunter. An die kommen dann die Endrohre dran. Die übrigens, also nicht verkromt, aber so, ja, silber-alu-mäßig aussehen. Da, ihr seht, die glänzen ein bisschen. Das Ganze wird mit den Liftarm verbunden. Dann kommt hier noch ein bisschen Panel dran. Und hier und da und da ein paar kleine Flügelchen. Da hat man ein Element und setzt es dran. Und das Ganze macht man auch auf der anderen Seite. Und dann kommt hier oben der, ach nee, bevor das hier kommt, hier unten drunter, sieht man jetzt gar nicht mehr. nochmal so. Man erahnt es. Hier ist ein schwarzes Panel. Und da unten drunter hängen auch nochmal Liftarme. Und davor kommt dann die Reihe hier mit Liftarm. Zwei reich quasi. Haufen kleine Liftarme werden zusammengesetzt. Und dann von oben drauf. Danach kommt der mittlere Teil hier mit ganz vielen Flügelchen, die zusammengesetzt werden. Kommt auch oben drauf. Und eigentlich am Ende, aber die Lampen kommen halt noch. Die sind Transred. Transred. Also diese Zahnräder hier sind nicht nur einfach rot. Jetzt sieht es ja, die sind ein bisschen dunkler. Und es wirkt halt mehr nach Rückleuchte. Wobei ich generell das mit Zahnrädern eigentlich nicht so sehr mag, weil die halt so kantig sind. Hätte ich mir irgendwas Runderes gewünscht. Also die sind zwar rund, aber ohne diese Zähne. Auch das sind wieder, ähm, können wir mal wieder von der anderen Seite gucken. Das macht sich besser. So ein Block aus Systemsteinen, Technikbricks. Und da kommen dann zwei Achsen rein. Auf den Achsen sitzen hier diese ganzen Zahnräder drauf. Reingesetzt. Und das wird dann hier einfach nur drauf verbunden. Ich kann es ja mal abziehen. Da seht ihr, dass die Achse... Sieht es fast? Ne, ist nichts rausgefallen. Da geht die Achse rein. Und das ist hier so ein Block, wo die Rückleuchten dran sitzen. Also eigentlich relativ simpel gebaut. Aber ich sag mal, solange das Endergebnis funktioniert, bin ich damit zufrieden. Ne, Bremsbacke. Ne. Das Fummeligste war eigentlich hier die Abdeckung. Ganz einfach, weil hier massig an Konnektoren drin steckt. Also wenn ich das jetzt mal hochklappe. Hier, ihr seht's. Hier ist eine Reihe an Konnektoren. Da drunter ist nochmal eine Reihe an Konnektoren. Dann die Reihe Konnektoren. Da sind Konnektoren. Überall Konnektoren. Gott, ist das schwer. Davon wird man ganz schön viel rum. Und da muss man halt auch wieder aufpassen. Ihr seht ja, dass die in der Höhe teilweise versetzt sind. Die drehen das halt wieder gerne links, rechts, hoch, runter, vor, zurück. Dass man da nicht irgendwann durcheinander kommt. An die falsche Seite irgendwas dran baut. Und dann hier vielleicht die Konnektorteile versetzt sind. Und man es nicht zusammensetzen kann. Da muss man ein bisschen drauf achten. Irgendwann hat man dann halt hier diesen Rahmen aus Konnektoren und einen Liftarm. Dann kommt die Außen von innen in Schwarz auch nochmal ein bisschen was dran. Setzt die eine Seite dran. Und dann kommt hier der lange rote Liftarm von der anderen Seite dran. Und dann hat das ganze Stabilität. Und als allerletztes macht man dann noch hier auch wieder unten drunter jede Menge Konnektoren. Hier nochmal mit einem Bogen dran, dass man dann die Form so halbwegs rund hinbekommt. Ein Liftarm, oben die Panels. Und das setzt man dann auch nur von der Seite dran. Und das ganze zweimal. Und dann ist es fertig. Was mich ein bisschen stört, aber konstruktionsbedingt ist, hier ist eine große Lücke. Jetzt, da seht ihr es. Ist nicht ganz ein Liftarm breit, aber die ist halt da. Hat einfach was damit zu tun. Wäre die nicht, würde ständig dieses Panel hier, die Kante da anstoßen. So, darum haben sie dann eine Lücke gelassen. Und dann hat man halt immer hier so eine Kante drin. Ja, okay. Müssen wir mal am Ende gucken, wie das dann im Gesamtbild aussieht. Aber soviel zumindest erstmal zum vierten Schritt. Im Sauseschritt geht es dem Ende entgegen. Abschnitt fünf ist fertig. Und es wurde einmal irgendwie komplett überall gebaut. Angefangen hier hinten. Genau, wir arbeiten jetzt einfach nach vorne durch. Klappen wir mal hoch. Das müsst ihr euch jetzt immer für beide Seiten denken, was ich erzähle. Das geht los. Hier kommt erstmal einfach nur ein Panel drauf. Das Panel sitzt auf Halbpins, auf so Halbkonnektoren hier unten drunter. Da muss man erstmal gucken, dass die Halbkonnektoren wirklich richtig drauf sind. Wenn die gedreht sind, kriegt man die nicht richtig rein und wundert sich. So war es zumindest bei mir. Habe ich mal wieder gepuscht gehabt. Konnektor abziehen, umdrehen und dann hat man die richtige Höhe, kann die Panels reinsetzen. Und da halt wirklich gucken, dass die zwei Halbpins richtig drin sitzen. Nicht, dass man, wenn man später den großen Teil dransetzt, das aus Versehen rauszieht oder so und sich dann wundert, warum das alles nicht ganz passt. Ja, dann sind die Panels drin. Dann baut man hier ein größeres Element zusammen. Da haben wir, ich glaube, am besten mal wieder an. So. Liftarme. Hier kommt ein Panel dran. Das wird dann später hier verbunden. Da muss man auch wieder darauf aufpassen, dass man das dann hier nicht rauszieht, weil das sitzt halt alles lose. Ja, Liftarme, Kotflüge-Element. Übrigens hinten sind es die kleinen, vorne kommen die großen dran. Also die haben dann hier einen unterschiedlichen Abstand, was die Pin-Aufnahmen angeht. Wundert euch nicht, warum das irgendwie nicht passt oder so. Da gibt es vier große, zwei kleine. Die kleinen kommen hinten hin. Ein paar Panels. Auch wieder Liftarme gebogen, dass man das hier den Bogen richtig hinbekommt und dann wird das Ganze so drangesetzt und hält. Und hier unten drunter haben wir, ich weiß nicht, warum sie es so kurz gemacht haben. Also das, mehr kann man es nicht aufklappen. Hier drinnen ein Liftarm. Da, ein Siemer. Der wird mit einem Fünfer hier verbunden und das ist quasi auf beiden Seiten das Gelenk, dass man das hier so auf und zu klappen kann. Und da sind wir dann bei dem Punkt, den ich eben angesprochen hatte, hier mit das setzt leicht an. Es verkantet immer wieder. Also es rutscht nicht schön aneinander vorbei. Da muss man immer ein bisschen drücken, dass hier die ganzen Kanten aneinander vorbei marschieren und das Ganze zugeht. Dann sind wir hier hinten eigentlich fertig. Es geht weiter nach vorne. Kurz hier die Frontscheibe. Ein paar Konnektoren. Die Stangen kommen seitlich dran. Auf zwei Pins drauf. Hier unten Konnektoren mit Balljoint reinstecken und dann ist die Scheibe fertig. Und dann geht es an die Front. Und hier wird es erstmal ein bisschen Unterbau. Sieht man das von unten? Weiß ich gar nicht. Gucken wir mal. Ja doch, hier sieht man es noch ganz gut. Ab hier geht es los. Liftarm, Liftarme, Panels werden verbunden. Und dann wird das erstmal dran gesteckt, dass man quasi so einen Grund hat, an dem man ansetzen kann. Und da kommen dann erstmal viele kleine Konnektoren und Liftarme, meistens versetzt, also diese Liftarme mit versetzten Pin-Aufnahmen von oben und von der Seite, draufgesetzt. Achsen durch, dass das Ganze stabil ist. Und es wird halt irgendwie alles ineinander verbaut, dass wirklich richtig Stabilität reinkommt und sich hier nicht irgendwie aus Versehen irgendwas lösen könnte, wenn man hier anfasst und hochhebt. Also egal auf welcher Seite, das hält alles ziemlich gut. Und gleichzeitig Konnektoren wahrscheinlich, um später hier die Front auch noch drauf zu setzen. Dann wird das alles verbunden. Man ist soweit fertig und dann geht es so langsam an die Außenreihe. Ich glaube, hier vorne ging es weiter. Hier unten kommen ein paar Elemente, Panels mit Konnektoren und Softexels rein. Da wieder das gleiche wie an den Seiten gucken, dass man die Softexels wirklich komplett reinsteckt. Nicht, dass die sich so leicht biegen. Von oben, ich kann es ja mal abziehen, oder? Kriege ich es noch ab? Ne, die Pins sitzen. Ach doch, jetzt haben wir es. Das sind dann hier insgesamt vier so eine Elemente. Hier sind wieder diese Versetzten, äh, Liftarme mit versetzten Aufnahmen. Die werden zusammengesteckt, Fliesen drauf, kleine Flügelchen, dass man die Form hier gerade in der Mitte zusammenbekommt. Und dann wird das einfach nur hier unten auf zwei, äh, Pins drauf gesteckt und fertig. Na, das kommen wir später zu. Hm. So. Interessant hier, wie die Winkel zustande kommen. Also dieses verwobene Querliftarme und alles ist schon interessant. Und da hat sich wirklich jemand was gedacht, um die Winkel halbwegs ordentlich hinzubekommen. Aber ich sehe gerade, hier habe ich irgendwas nicht ganz. Oder? Na ja, doch. Ein bisschen rausstehen muss es hier. Also soll es laut Anleitung. Das haben sie halt nicht ganz hingekriegt mit dem Winkel. Eigentlich so wäre perfekt, aber ihr seht, ist ein bisschen Spannung drauf. Aber gut, das Erscheinungsbild gucken wir uns am Ende an. Dann kommt der mittlere Teil. Auch wieder ein paar Bricks, Fliesen vorne dran, draufsetzen. Die Seiten kommen auch wieder Panels dran, hier unten Flügelchen, kleine, um das Ganze abzuschließen. Dann habt ihr ja gerade gesehen, hier Brickbau. Ähm, die Teile werden dann einfach nur auf Viertelpins draufgesetzt. So. Und dann geht es hier an die Kotflügel-Elemente. Da sind auch wieder zwei verschiedene. Also wir haben, ähm, einmal Kotflügel, genau hier. Da ist nur eine Pin-Aufnahme. Die Innen haben zwei Pin-Aufnahmen. Also das könnt ihr euch auch wieder als Orientierung nehmen, falls ihr nicht einfach selber in die Anleitung richtig reinguckt. Ähm, das sind also unterschiedliche Innen- und Außen. Da müsst ihr halt drauf achten. Zusammengesetzt, hier in der Mitte wieder Brickbuild, lange, bla, Slopes. Ne? Lange Slopes. Sorry, falls ihr das hämmern, hört mein Nachbar. Die renovieren, ähm, das schallt hier durchs ganz, durch den ganzen Keller. Ähm, was habe ich gesagt? Genau, Brickbuild. Da unten drunter sitzen, ähm, Steine mit Pin-Aufnahmen, also Systemsteine, die dann auf Pin-Aufnahmen gehen. Und da kommen die Kotflügel rein. Und dann setzen wir das Ganze erstmal hinten rein. Vorne wackelt es rum. Da kommt da wieder ein Airlift-Arm, der das Ganze wieder richtig massiv verbindet. Und dann hat man das soweit fertig. Innen einfach nur zwei Flügelelemente reingesetzt. Und dann geht es hier an die Scheinwerfer und die Innenverkleidung. Das finde ich übrigens ganz nett, dass sie hier nochmal extra ein Panel reingesetzt haben. Weil gerade beim Apollo hat mich das so genervt, dass so viele offene Stellen waren. Hier haben sie halt wirklich versucht, einiges zuzumachen. Genauso hier, dass sie hier auch noch einen kleinen, ähm, Flügel reingesetzt haben, der zu ist. Das ist also alles ganz nett. Und, ja, dann kommen die Scheinwerfer. Die sind auch wieder mit Transclear Bricks gebaut. Und kommen dann einfach nur ähnlich, wie es bei den ganzen Porsche-Modellen auch ist. Hier ist ein Connector in der Mitte zwischen den Kotflügeln. Da ist die Achsaufnahme. Und dann steckt man das so drauf. Und dann ist das Ganze fertig. Das war bestimmt die Brems. Ne, ist noch dran, die Bremsbacke. Und damit sind wir durch. Was das Bauen angeht. Teile. Hier sind oft welche, die haben diese schwarzen Schlieren, die man auch von Moldking und Kada und allen anderen Herstellern, also chinesischen Herstellern kennt. Bei Lego weiß ich nicht, ob die das auch haben. Hier ist zum Beispiel so eine schwarze Schliere drauf. Hier sind schwarze Schlieren drauf. Und ein Panel, das hat sogar vorne, da, ich hoffe man erkennt es, wo muss man hier ran, doch man erkennt da, eine schwarze Kante. Kann man versuchen, Schmutzradierer sagen viele. Finde ich persönlich jetzt nicht so geeignet, weil so ein Schmutzradierer macht schon, also so Abrieb. Ein normaler Radierer, damit finde ich persönlich geht es besser. Hat man halt hier auf mehreren, also da, da, hier hinten war es glaube ich auch irgendwo, oder? Ne, hier hinten war es nicht. Ja, also das zu den Teilen. Und was mir aufgefallen ist, die roten Teile haben teilweise wieder diese leuchtenden Angusspunkte, also da auf dem Panel seht, das leuchtet ziemlich hell. Da auch, hier auf dem Liftarm, da auf einem Brick. Das ist dann halt alles nicht ganz so schön. Jetzt ist hier die Puppspack wieder abgerutscht. Ich muss das drauf, so. Ne. Zack. Wo war ich? Genau, Angusspunkte. Also die sieht man auf den roten Teilen wieder besonders gut. Manchmal bietet es sich an, da kann man es gucken, dass man es irgendwie nochmal dreht, dass es dann hübscher ist und man sie vielleicht nicht ganz so doll sieht. Da kann man, oder könnte man vielleicht noch drauf achten, aber man kann nicht alle verstecken. Genau, also das zum fünften Abschnitt. Da steht er nun. So, aber eins von neu. Das sind die ganzen Teile, die übrig geblieben sind. Ihr seht, ein Großteil der blauen Dreierpins und Axtpins, wo haben wir hier mal einen, hier oben, die werden gar nicht gebraucht. Die liegen halt einfach bei. Ansonsten, hier Konnektoren oder Dreierpins mit Achsaufnahme sind viele in schwarz, in rot dabei, ein paar Konnektoren. Achsstopper, so Kleinkram ist halt jede Menge übrig. Ja, gefehlt hat nichts, war nichts kaputt, ließ sich alles bis zum Schluss ohne Probleme bauen. Letzter Bauaufschnitt. Ich drehe mal so hin. Da geht es an der Front weiter. Hier, die zwei Elemente kommen drauf. Das sind einfach große Panels, vorne kleine Flügel dran, ein paar Systemsteine unten drunter gesetzt auf einen Technikprick. Und dann wird das Ganze von oben einfach drauf gesteckt. Hier vorne, die Nase kommt dran. Da übrigens gleich, bevor ich es nachher vergesse. Verstellen wir mal schräg. Hier ist eine hässliche Lücke. Seht ihr das? Also man kann das hier später aufklappen. So, machen wir schon mal. Da ist eine Lücke. Die lässt sich ganz leicht vermeiden. Und zwar, ziehen wir die hier nochmal ab. Hier wird das Ganze drauf gesteckt. Achso, die Unterkonstruktion kommt auch noch drunter. Also hier ein paar Konnektoren drauf gesteckt. Nichts Wildes. Dann Systemsteine wird hier gebaut. Und, warte, machen wir mal ein bisschen Platz. Auf die zwei Pinaufnahmen wird das dann drauf gesteckt und man hat diese hässliche Lücke. Man kann das einfach abmachen, umdrehen. Ich muss hier auf den 1x1 Plate hier mal kurz drauf achten. So, also, nochmal von vorne. So wäre das eigentlich drauf. Wenn ihr das einfach umdreht, so rum. Zack. Und zack. Dann müssen wir das Ganze weiter drauf schieben. Und die Lücke ist weg. Ah, komm mal her. Düdüdüdüdü. So. Klappe zu. Na. Knick ein. So. Keine Lücke mehr. Ja, man könnte jetzt hier vielleicht noch so ein, wo haben wir hier so ein Flügelstückchen hier dran sitzen, da in die Lücke. Aber zumindest hier die große Kante ist weg. Lässt sich also ganz einfach beheben. Wenn man das möchte. Ansonsten, man kann natürlich auch mit der Lücke leben und es einfach so lassen. So. Dann baut man was ziemlich Großes, nämlich hier diese Frontklappe und ich weiß gar nicht, ob man es erkennt. Und das hier, das ist ein riesen Element, das geht hier mit den Fliesen, naja, komm mal zu, mit den Fliesen bis hier hoch. Das sind drei Schichten an Plates in schwarz und oben drauf nochmal eine komplette Schicht Fliesen. Der Zusammenbau davon ist fragwürdig von der Reihenfolge her. Also das hätte man, glaube ich, alles wesentlich entspannter haben können. Und letztendlich da drunter sitzen dann Plates, die Pins nach unten haben und da kommen dann ein paar rote und schwarze Liftarme hier hinten drunter dran. Und das wird dann in hier das, also Gelenk, also zwei Liftarme zusammengesteckt, Konnektoren dazwischen quer und da wird das Ganze drauf gesteckt. Und hier hinten nochmal auf zwei Konnektoren und dann kann man das halt so auf und zu klappen. Seitlich Panels dran, insgesamt zwei große, zwei kleine und dann hier zwei Flügel und von oben drauf. Wie gesagt, die Reihenfolge oder der Ablauf, wie man diese ganzen kleinen schwarzen Plates zusammensetzt, hätte man wesentlich einfacher haben können, glaube ich. Aber man kriegt es hin, man muss halt ein bisschen gucken, gerade schwarz, da fehlt manchmal der Kontrast, muss das jetzt auf die Reihe oder auf eine weitere drüben. Aber dann hat man es fertig, setzt es drauf, hier nochmal Softexits, rote Konnektoren hier kommt rein, hinten schwarze Konnektoren, wird reingedrückt und da liegen die Softexits dazwischen. Und dann ist die Front fertig. Und dann geht es an die Türen. So, die kann man hier so aufmachen. Theoretisch stößt es hier aber wieder an. Also darum, hier ist eine kleine Aussparung, da geht das dann durch und dann kann man das so aufklappen. Hätte man vielleicht eleganter lösen können. Ansonsten haben wir hier oben drei von diesen, ich glaube, relativ neun Panels zusammengesteckt. Ein Liftarm dran und ein Konnektor und auf den wird das Ganze befestigt und hier unten noch einen und dann klappt das quasi an den zwei Punkten hoch und wieder runter. Nochmal zwei Panels, da drunter Konnektoren mit Achsen, dass das Ganze hält. Und dann haben wir hier eine Reihe an Panels mit Liftarm quer dahinter. Ich weiß gar nicht, kriegen wir das noch irgendwie in die Kamera. Ja, so halbwegs. Ansonsten wild Liftarme Konnektoren, um Stabilität rein zu bekommen. Dann haben wir hier eine Reihe Liftarme, die dann wiederum quer nach außen gehen, um die Reihe an Flügel dran zu setzen. Und die ganzen Konnektoren nochmal dran zu setzen. Und das ist so ein Punkt, da fehlt mir generell an dem Auto an zwei, drei Stellen noch so ein Tick Detailliertheit, beziehungsweise nochmal so ein bisschen, ja, das Finish. Wie zum Beispiel hier, paar Viertelpins drauf, Fliese drüber, sieht es noch schöner aus. Das gleiche hier hinten, auch einfach mal noch eine Reihe Fliesen oben drauf oder hier so Kanten, wäre nochmal schöner. Und das zieht sich halt alles so durch. Aber gut, die Türen kommen dann halt drauf gesetzt, dann kann man es zuklappen, dann kommen die Räder dran, diese meiner Meinung nach zu großen Räder und dann ist er fertig. Und ja, vom Bauen her alles ganz angenehm, ganz schick. Vom Modell her, ja, muss jeder für sicher sein. Wie gesagt, an sich, also ich wüsste jetzt keinen Enzo, der besser ist, der, also der Mock von, was, James JT, den den Mold King geklaut hat. Jedenfalls das B-Modell zum Sian, da finde ich den ja besser. Und ich glaube, Sembo hatte auch mal einen, aber der war 1 zu 10, wenn ich mich nicht irre, fand ich auch nicht. Also das ist schon ein recht netter Enzo, nur man müsste halt kleinere Felgen draufsetzen und man könnte hier und da noch ein bisschen was verhübschauen, finde ich jetzt. Ja, was kann ich noch sagen? Nichts. Ach doch, Funktionen. Ich habe noch keine Motoren reingesetzt, mache ich aber noch. Was mir aber schon auffällt ist, er ist jetzt quasi ganz unten und die Räder schleifen. Also ich kann den echt schwer schieben, weil sowohl die hinteren Räder als auch die vorderen Räder schleifen hier oben drin. Den müsste man quasi hochfahren für RC und der ist jetzt schon ziemlich hoch. Das, weiß ich nicht, könnte wahrscheinlich wieder an den viel zu großen Rädern liegen. Würde man kleinere draufsetzen, würde er automatisch ein bisschen tiefer liegen. Ja, gut, das war es zum Aufbau und von mir zum K-Box Enzo, äh, Ferrari Enzo. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, gerne einen Daumen da lassen oder Kanal abonnieren. Glöckchen drücken, dann kriegt ihr mal eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video da ist. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, cool gebaut. Tschüss. Tschüss.